Hallo Freunde, ich habe gedacht, wir machen mal ein kleines Ratespiel. Wen von euch ging es auch schon mal so, dass er tatsächlich vor einer Toilette stand, bevorzugt in Polen und wusste nicht, wo er eintreten soll. Das ist mir hierzulande so ein bis zwei Mal passiert und ich musste raten, in welche Toilette ich denn reingehen darf. Man will sich ja auch nicht die Blöße geben und hier reingehen und dann kommt das große Erwachen oder das große Schreien. Ihr könnt mir jetzt einfach mal eure Einschätzung unten reinschreiben, für welches Zeichen denn die Toilette für Männer und für Frauen ist. Es gibt noch keine dritte Möglichkeit. Ich glaube auch, dass es in dieser Zeichenfolge nicht vorgesehen ist, aber der eine oder andere wird wahrscheinlich schmunzeln oder das kennen oder jetzt einfach das Fragezeichen im Kopf haben. Ich wünsche euch viel Spaß und schreibt es mal einfach in die Kommentare, was ihr glaubt, wer wo eintreten muss oder auch darf.